Oh, rüber, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Boing und Banana, äh, zu Let's Play Deadpool. Okay. Äh, was nehme ich denn? Hmm, wir nehmen das. Okay, nein, wir nehmen Ötelon. Läuuff! Yo. Ähm, was hatte ich denn gekauft? Stimmt, ähm, ja. Wir haben das schon gekauft. Ich hab nämlich schon einmal weitergespielt, aber... Ich hab vergessen, den Screen zu switchen auf meinem Aufnahmeprogramm. Deswegen, ja... Bin ich schon mal so weit. Und ich kaufe einfach alles hier. Ja. So, was haben wir hier noch? Wir können... Können wir uns... Ja, wir müssen weitere Waffenverbesserungen kaufen. Achso. Äh, was sind denn das denn? Bärenfallen und Landminen. Ich rüste mal das aus. So, ja, und ich spiel jetzt mit Controller. Ja, ich spiele jetzt mit Controller. Und... Ich dachte mir so, komm, warum nicht? Können auch mal mit Controller spielen. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, ein Walljump. Tada. Sehr geil. Mal sehen, wie ich das... ...hinkrieg mit Controller. Ich hab keine Ahnung. Ja. 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 Äh, wie gesagt, ich kenn... Ohle. Ohle. Boop, boop, boop. Boop, boop. Doch. Bist du. Okay. Hwaa tschuwaa tschu Boom 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 Hojaa tschuwa Pento's, huh? Time to hop the elevators Where could they be? Why are we here again? Haha, we're getting paid to off some billionaire Douche nozzle That'd be media mogul chance white It's ties to the mob, it's a private army Makes babies cry Your classic easy to hate villain Da ist einer Ich hab mich gewartet Elevators Are you even paying attention? Nein bist du nicht Haha You're gonna want to have a doctor Take a look at Easy Äh ja, wie gesagt den, oh lol Den Hauptabschnitt kenn ich jetzt schon So, also Vieles vom Weg her kenn ich jetzt schon Okay Okay Kontura schießen ist ein bisschen schwerer als erwartet Bam 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 Okay Aber wir haben jetzt sogar Momentum, aber das kriegen wir gleich auch nochmal erklärt Jaaa das war's Jaaa das war's Bist du aus I love this guy We should keep him around To maintenance Somebody get down there and shoot this clown I am NOT A clown sir Nein, da sind Kradaten. KRADATE! Okay. Nice! Den hätten wir auch. Ich glaube jetzt haben wir alle, ne? War ja nicht? Ja da war was. Okay. Ähm. Genau, wir müssen jetzt hier lang. Oh shit! Oh shit! Ich brauche Theme Musik. Oh, Deadpool! KALOLE! My, what big generators you have! Is that cold? Nah, innuendo! Ha ha ha! Innuendo, innuendo, innuendo! Ha ha ha! Ha 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 ha! Huh! Was ist das? Oh, scatlich! How about those elevators work again? I'm so smart! Which one of you pinheads? Shut down the damn power! Get down there and fix it! Hehe, let's try something a little fancy. Shoot! Ich muss gar nicht knopfen. Ew! High combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it! Ah, this would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to happen. How many bullets are in your head so far? Ha! Ola! How the hell do your balls keep missing? Huatshu! Chuuuatshu! Chuuuatshu! Um die Hand zu wechseln, achso! Stimmt! Oh my God! Is never ah! Ha ha! He didn't say that! Waa chung! 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 Wahoo! Oh, look! We need a bigger battery for this thing! Nice ruuuuai chung! Da hinten. Okay, habe ich alle? Nein, habe ich nicht. Oh. Der war schnell tot. Stimmt, wir müssen noch Tacos sammeln. Stimmt, Tacos. Tacos. Okay, jetzt war es aber. Nein, war es nicht. Quatsch. So war es das? Ich glaube, das war es. Neues Ziel, ich spiele Spaß beim Singen. Ich habe schon nachgedacht. Haben wir schon klar. Wie gesagt, ich kenne ihn halt ein bisschen schon. Nein, wir brauchen noch 15.000, damit ich mir die nächste Waffe kaufen kann. Dann. Nice. Ah, da hinten ist irgendwas für die Waffe. Okay, ich glaube, ich werde die ganze Zeit so komischen Geräusche machen. Dieses... Da ist einer. Da war aber auch einer. Irgendwo. Okay. Okay. Cha-ching. 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 Oh, Leif. Was ist denn hier? Ich bin den Taco, aber ich habe ihn nicht, ich habe ihn Okay Quatschuuu Bum bum Echtu So viele Gegner Zeit für ein Watcher Bum Ich meine Sprungangriff Mann Komm schon Oh nee Also noch mehr, ich habe es gesehen Granate Äh, wo werfe ich die Granaten denn bitte hin? Loll Ah, da hinten war noch einer, habe ich gesehen, der da Ab ihn Da gut Da gut Huatschuuua Warum haben die denn auf einmal die Tür zugemacht? Ah 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 Fuuu, haaa, schuuu! Fuuu, haaa, schuuu! Wo kommt der Granaten her? Mann, wo kommt ihr denn immer her? Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Wow, du bist ein glücklicher Mensch, weil das würde die meisten Menschen's頭 wegnehmen. Okay. Oh Mann! Ja, 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 ja! War hier nicht noch irgendwer? Oh nee, äh, lol! Da war einer! Ich will den Taco! Oh Mann, ich komm nicht mehr an den Taco! Ja, ja, ja! Abzu! Du bist nicht sch***! Ich habe gefährliche Freunde! Menschen, die dich enden! Du bist jetzt aus der Liga! Given das Kaliber der Mann, die du mich schockt hast, du musst mich vergeben, meine Skeptisismus! Du weißt, was der beste ist? Du denkst, dass du es tatsächlich machen kannst! Gib mir was! Wenn das dich in den Kopf hieß, dann bin ich entschuldigt! Nämlich für deinen Kronen! Kann ich gleich mal eine bessere Waffe holen? Wäre ganz geil! Wo kommt ihr denn her? Geht weg! Ich bin grad mit den anderen beschäftigt! Er hat einen eigenen... Cool! Er hat einen eigenen Hai! So, ich glaube, weiter habe ich nicht gespielt! Nee! Weiter habe ich nicht gespielt! Mehr weiß ich nicht! Ich komme nicht weiter! Nein, hier ist niemand mehr! Okay! Erstmal... Ah! Jetzt bin ich gar nicht überlegen! Oh! Eine Schrotflinte? Großartig für Kombos! Verbessere sie, um deine Gegner so richtig bluten zu lassen! Schnell und gefährlich! Wie ungeschützter Sex auf dem Abschlussball! Hashtag YOLO! Deine Erz! Was? Ach! Wir können das hier... Oh! Verstärktes Magazin! Zwei Kugeln mehr! Ah! Ja! 20% mehr Deadpool-Punkte! Feuerrate! Feuerrate! Oh! Schaden! Oh lol! Ich kann KA-Waffe! Was? Neuer Momentumangriff! Neuer Momentumangriff! Ach! Ja! Kann ich jetzt hier auch besser? Ne! Da gibt's kein... Oh! Schade! Oh! Das ist geil! Das ist cool! Oh nein! Ich wollte hier ein bisschen upgraden! 12 Schaden über 3 Sekunden! Looten lassen! Okay! Neuer Kombo! XXXXXXXX! Okay! Upgraden wir erstmal Waffen komplett? Ich glaub schon! Mehr Schaden! Ich hab noch 7000! Weiß nicht, ob ich dafür was upgraden kann! Dafür gibt's nichts mehr zum upgraden, okay? Gut! Dann machen wir jetzt mehr Schaden und kriegen mehr Deadpool-Punkte! Och Mann! Kann ich da jetzt hoch? Ja, kann ich! Cool! Nice! Wieder hoch! Ha! Wieder hoch! Ah! Okay, wir machen eindeutig mehr Schaden! Wow! Okay! Okay, hat funktioniert! Bitte nach oben! Okay, da könnte ich mich anschleichen an dem Typen! Ich hab doch eben zu lang gedrückt! Ah ne! Ich hab X gedrückt! Scheiße! Mann! Ich wollte den Anschleich Kill machen! Aber ich glaube Leute! Wir beenden jetzt hier erstmal den Part! Ich glaub was hat euch gefallen! Wir sehen uns bei... Das! Nächste Mal wieder! Obwohl! Nein! Komm! Ich mach einfach weiter! Mann! Ne! Mach weiter! Ich hab ja noch ein bisschen Zeit! Ich weiß nicht mehr wie lange das Level geht! Irgendwer hat er grad geschossen! Da! Okay, den hab ich! Munition! Da oben ist einer! Da unten ist einer! Da war einer! Ich hab's gesehen! Wo? Ach, läuft! Joink! Jetzt wir hier lang gehen! Wenn ich da durch... Irgendwie... Hallo! Mann! Nervige Gegner! Ist hier irgendwas in Taco? Äh... Loll! Ach komm! Upp! Ach, sehen die mich echt nicht mehr? Loll! Die haben mich einfach echt nicht mehr gesehen! Was? Soll ich da eigentlich gar nicht rauf dürfen? Loll! Cool! Ich bin hier gelockt! Ich bin hier nicht veilig! Ich bin hier verletzt! Ich bin hier nicht in Aveil! Okay, wo muss ich dann hin? Okay. Oh, live! Okay, der trifft mich nicht irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Okay, wo muss ich jetzt hin? Irgendwo hier unten, okay. Wo ist der Helikopter hin? Und da hinten? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dude, diese guns we have suck. That one doesn't suck. But we don't have it. We don't have it yet. Uh. Über die Punkte. Da sind noch Punkte. Oh, schnell. Au. Schade. Ich dachte, das kann ich irgendwie kaputt machen vielleicht. Okay, wo ist der Typ eigentlich mittlerweile? Oh, hello. Oh. Lie or die, asshole. Your choice. Gonna need both hands to shoot that mini gun. Says who? I do stuff with one hand all the time. Hey, guess to the right, my newly acquired pilot. Yeah. Ammo dispenser. Oh, ho, ho, ho. Shooter. Einfach alles abballern. Come on. Come on. We got heat on our left. It's so loud. I can barely hear myself think. I was thinking the same thing. What? We got company behind us. Make it show. Kombis, wuuu! No way! Hell yes! We're flying! We're flying! Well, it is good to have dreams. Dreams, yes. Delusions? Nooooo! Oh, yeah! You know what else is good to have? Skills! Oh, God. This might be a bit time to buy some upgrades. So... Ich hab nen Namen für den Part, Alter. Ohne Witz. Äh, was will ich denn haben? Eigentlich hätte ich doch schon Bock. Warte, kann ich hier jetzt eigentlich... Uh! Mehr Leben? Mehr Heil? Kritischer Treffer bei jedem 20. Treffer, okay. Zusätzliches Momentum. Wir haben 180.000. Ich könnte auch hier nochmal ein bisschen upgraden, ne? 5... Ah, 20% mehr Schaden ist schon geil, ne? Ja, meine Kombos. Und besseren Momentumangriff. Ah... Kugeln, hier ist Schaden. Aber ich will schon ne neue Waffe. Auf jeden Fall. Wo die Schrot sich eigentlich gar nicht gelohnt hat, ne? Fällt mir grad so auf. Kann ich mir nicht mehr holen? Feuerrate erhöhen und mehr Magazin ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, ne? Jetzt haben wir hier noch 50.000, wir haben noch 15.000 übrig. Kann ich hier irgendwas upgraden? Ne. 15.000 haben wir noch übrig. 25.000. Okay. Hab ich. Oh! Ah, ich kann einfach zwischendurch Waffen wechseln? Okay cool, das ist nice. Kannst Werfen eines Gadgets auch zielen, indem ich eher B gedrückt halte? BAM! 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 Ha! Geil! BAM! BAM! Ha! Geil! Ha! Geil! BAM! Ha! Geil! BAM! Ha! 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 Fanate! Oh. Was ist das, was sie sagt? Erinnerst du, dass du einen Teleporter hast, um die Raketenattacken anzusehen. Schade Nachrichten, Pupu-Heads. Ich bin zurück! Ist hier irgendwo ein Schrollflintenmonition? Ja! Nein! Wieso soll ich den denn mit machen? Mit Granaten. Da hab ich nicht drauf geachtet. Wie viele Bullets sind in deinem Kopf so far? Oh, was ist das? Someone, get up to the pethouse and kill this asshole! Yep, that was a rocket launcher in my pocket. Boom! Oh yeah! Oh ja! Kann ich das nicht mehr? Danke! Hebe es doch auf! Oh! A beautiful use of a beautiful day! See these? These are- Oh, we need a vacation! I don't know what you're after, you masked freak! But you'll never get to me while I'm in this panic room! I'd like to test that theory! Hmm, how much C4 is this gonna take? It's no more than 20 ounces. What? What? I hate the metric system! How much in American? Well, let's see. You carry the seven- Dude, fuck man! Just use all of it! Oh, lol! What? Einfach raufbauen! You're insane! Not as insane as you think! Daher braucht er die Hüpfburg! Ah! Das hüpfende Haus-Achievement! Yeah, that was fun! Yeah, it was okay. Well, it's not like we get a do-over on this one. The hell we don't! D250 Oh, man. Das ist das, was ich spreche! Peter, mein Mann! Siehst du all das? Ha, ha! Deadpool, du Idiot! Kennst du, wie viel Geld all diese Explosions und tacky Graphics kostet? Du kannst nur was du willst, was du willst! Ja, das ist großartig, Peter! Talk to my dick! Hey! Talk to my dick! Weißkalt! He got away! Give me some credit! Oh, I see! We let him get away, didn't we? Fun is in the chase! Now you're talking! Let's get him! Jo! Machen wir aber am nächsten Mal, Leute! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder! Haut da rein! Na!